Sehr geehrte Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich kurz, denn am Herrn Staatsminister Pressirz muss ja, Herr Nachnober, ich gelesen habe, im Bayerischen Fernsehen für den Brenner Nordzulauf werben. Da sind wir bei einem Punkt, wo wir beieinander sind. Und ich habe im Übrigen im Verkehrsteil, das wird Sie vielleicht überraschen, noch ein paar Punkte gefunden, wo wir uns eigentlich einig sind, wo wir dieselben Ziele haben. Sie wollen zum Beispiel den Radverkehr auf 20 Prozent nach oben treiben. Sie wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln. Das ist super, das wollen wir auch. Sie wollen klimaneutral werden bis 2040, genau unsere Stoßrichtung. Und Sie wollen die Verkehrssicherheit erhöhen, genau unser Ziel. Also wir sind bei den Zielen eigentlich ganz nah beieinander. Aber ich sage Ihnen, wenn ich mir den Verkehrshaushalt anschaue, den Sie vorgelegt haben, werden Sie genau diese Ziele mit diesem Haushalt krachend verfehlen und auch da Ihre Versprechen brechen, meine Damen und Herren. Wenn wir bei den Beispielen Radverkehr bleiben, die Zahl, dass wir 40 Millionen im Jahr für den Radverkehr ausgeben, das stammt ja nur aus Zeiten, wo der Joachim Herrmann zuständig war, wo es noch gar kein Verkehrsministerium gegeben hat, wo das noch die oberste Baubehörde war. Damals ist das verkündet worden. Seitdem war keine substanzielle Aufstockung. Und 40 Millionen für ganz Bayern im Radverkehr, da wären wir die Zahl von momentan nur 11 Prozent Radverkehrsanteil ganz bestimmt nicht in den verbleibenden zwei Jahren, was Ihre Zielmarke war, auf 20 Prozent erhöhen. Da brauchen wir wesentlich mehr Geld für sichere Radwege, meine Damen und Herren. Oder auch das Beispiel beim ÖPNV. Ich meine, wir haben rund 100 kommunale Aufgabenträger, also Landkreise und kreisfreie Städte. Und wenn ich mir die ÖPNV-Zuweisungen anschaue, meine Damen und Herren, dann sind das auch ungefähr 100 Millionen Euro, also ungefähr 1 Million pro kommunalen Aufgabenträger. Das ist ja angewandte Homöopathie, wenn man sich das anschaut und man sich vorstellt, dass da noch die Landeshauptstadt München und große Städte dabei sind und große Flächenlandkreise. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Kosten von den tatsächlichen Kosten die ÖPNV-Zuweisungen des Freistaats Bayern über die Jahre hinweg eigentlich abdecken, dann wird das immer weniger und weniger und weniger. Das, was Sie den Kommunen geben für den ÖPNV im ganzen Land, in den Städten und auf dem Land, das schmilzt prozentual dahin, wie das Gletschereis im Hitzesommer, meine Damen und Herren. Da brauchen wir mehr Geld, um die Verkehrswende zu schaffen. Und auch beim Thema Klimaneutralität 2040, ja, das ist ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel, wo wir sehr, sehr viel da müssen. Aber mit mehrer Straßen werden wir das ganz bestimmt nicht erreichen, weil selbst dann, wenn die Autos klimaneutral unterwegs sind mit erneuerbaren Antrieben, ein Auto ist und bleibt das uneffizienteste Verkehrsmittel im Vergleich zu den anderen, im Vergleich zum ÖPNV, dort, wo man bündeln kann, dort, wo man viel Verkehr hat. Deswegen müssen wir den ÖPNV nach oben führen und den Radverkehr stärken. Nur dann werden wir die Klimaziele erreichen 2040 und mit mehr Straßenbau, 100 Millionen Euro mehr, wie Sie es jetzt drin haben. Klar, sanieren muss man viel, das wollen wir auch. Aber Sie haben eben im Staatsstraßenausbauplan massenhaft neue Straßen und Ausbauvorhaben drin. Damit werden wir die Klimaziele 2040, Klimaneutralität 2040 sicher massiv verfehlen. Deswegen können Sie das heute noch korrigieren, stimmen zu unseren Änderungsanträgen zu und dann sind wir beieinander und erreichen auch die Ziele, die wir ja gemeinsam teilen. Vielen Dank.